Hey, alles locker? Ja klar, nur bei Dehnübungen kann man schon eine Menge falsch machen. Hä? Bei welchen Übungen? Na, bei den Dehnübungen, Sportskamerad. Ah, bei Dehn? Ja, beim Dehn. Hä? Ja, unser Assistenzdehner, den kenne ich schon ewig, den behandeln Sie heute in Dänemark. Da muss der bei Dehn ausgedehnte Dehnungseinheiten haben. Aha, aber nicht nur beim Dehn muss man aufpassen, sondern auch beim Norweger. Und hey, erst recht beim Finnen, weil der Finne findet ja Dehnen völlig überflüssig. Von Dehn hat ja auch keine Ahnung von den Finnen. Also von den Finnen hat keine Ahnung von Dehn. Unser Masseur zum Beispiel, der ist auf. Alter Schwede!